Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit einzelnen Schichten in Solibri arbeiten können. Damit das funktioniert, müssen Sie das Modell auch mehrschichtig ausgeben und dann haben Sie die Möglichkeit, die Wand zu isolieren und mit der Shift-Taste und der linken Maustaste einzelne Schichten abzugreifen. Unten links in den Informationen sehen Sie dann Gebäudekomponententeil. So wird eine einzelne Schicht genannt und hier kann ich dann alle Informationen über diese Schicht auslesen. Das Ganze funktioniert auch über die Modellstruktur. Wenn ich hier die Wand aufklappe und eine einzelne Wand anwähle, dann habe ich auch hier jetzt die Möglichkeit, auf die einzelnen Schichten in dieser Wand zuzugreifen und die gewünschten Informationen auszulesen. Das Ganze kann man erweitern, dass ich dann zum Beispiel im Layout Auswertung eine eigene Klassifikation erstelle. Diese Klassifikation benenne ich mal nach Schichten. Stelle unten den Filter der Komponenten auf Gebäudekomponententeil, damit alle Schichten angezeigt werden. Und in den Klassifizierungsregeln möchte ich diese Schichten nach Material sortieren. Das bedeutet, ich füge eine neue Spalte als Material hinzu und erstelle eine neue Zeile. Hinten bei dieser Zeile weise ich dann noch den Klassifikationsnamen Material hinzu. So werden alle Schichten automatisch benannt. Bestätige das mit OK. Und jetzt habe ich auch hier die Möglichkeit, über die Klassifikationen die einzelnen Schichten abzugreifen und mir anzeigen zu lassen. Natürlich könnte ich hier jetzt auch eine Auswertung nach diesen Schichten durchführen. Ich bin der Klassifikation.